KUTAN Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Heute am 25. August 2019 gegen 19.30 Uhr kam es zu einem größeren Brand bei einem Recyclingunternehmen in Mutterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis. Die Freiwillige Feuerwehr Mutterstadt war schnell am Einsatzort und verhinderte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Bereiche innerhalb des Betriebsgeländes. Bei uns ist nun Wehrleiter Rüdiger Geib. Wir haben hier verschiedene Siedlungsabfälle, insbesondere Papier, Kunststoff, Pappe, die hier momentan noch oberflächlich in Brand geraten sind. Wir haben das Feuer jetzt von drei Seiten eingegrenzt. Wir haben jetzt schon veranlasst, dass ein Messfahrzeug in Windrichtung ausrückt und eventuelle Gefahrstoffe messen kann. Und KUTAN wurde auch demnächst ausgelöst, damit die Bevölkerung Bescheid weiß. Gibt es Verletzte? Momentan glücklicherweise nicht. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Was denken Sie, wie lange der Einsatz dauert? Erfahrungsgemäß wird ein paar Stunden drauf gehen. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Soweit aktuell bekannt ist, gab es keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Feuerwehr ist noch vor Ort mit Nachlöscharbeiten betraut. Metropolregion Rhein-Neckar News wird nachberichten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020